Europa fordert von den USA die Aufhebung der Sanktionen gegenüber dem Iran Infolge der Wiedereinsetzung von Sanktionen gegen den Iran an diesem Dienstag hat US-Präsident Donald Trump eine deutliche Warnung gegen den Handel mit dem Iran ausgesprochen. Jeder, der mit dem Iran Geschäfte macht, wird keine Geschäfte mit den Vereinigten Staaten machen, twitterte der Präsident. Europäische Unternehmen, die diese Sanktionen verletzen, könnten vom US-Markt ausgeschlossen werden. Außerdem müssen sie mit weiteren Strafen rechnen. Nachdem im Jahr 2015 die Vereinigten Staaten und andere Weltmächte ihre Sanktionen gegen den Iran aufgehoben hatten, verpflichteten sich europäische Firmen im Land zu Investitionen in Milliardenhöhe. 2017 exportierte die Europäische Union nahezu 11 Milliarden Euro in Gütern in den Iran, ein 66-prozentiges Wachstum gegenüber 2015. Dies bedeutete ein 100-mal größeres Exportvolumen als das der USA im gleichen Jahr. Am Dienstag forderten die Minister aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland sowie die Europäische Union, Trump auf, auf Sanktionen in den europäischen Schlüsselbereichen wie Energie, Automobilbranche, Zivilluftfahrt und Infrastruktur zu verzichten. Die Verwaltung für die öffentliche Anerkennung wurde gebeten, Industriezweige, die zum Beispiel Arzneimittel und Gesundheitswesen betreffen, nicht zu sanktionieren. Es ist so offensichtlich, dass wir als Europäer eine andere Sichtweise in Bezug auf die Sanktionen gegen den Iran haben als die Amerikaner. Die meisten von uns empfinden, dass der Rücktritt der USA von dem 2015 getroffenen Abkommen die Weltlage viel gefährlicher mache. Natürlich können wir Meinungsverschiedenheiten haben. Aber jetzt müssen doch europäische Unternehmen zwischen dem Handeln mit dem Iran oder den USA wählen. Ach, komm schon. Man hat doch nicht wirklich die Wahl. Siehst du es als realistisch an, Großkonzerne mit ihren Interessen an dem viel größeren amerikanischen Markt überzeugen zu können, die Sanktionen zu verletzen? Dadurch würden sie die sogenannten Sekundärsanktionen riskieren. Nein, du hast recht. Das ist nicht realistisch. Französische Unternehmen wie Total, Peugeot und Citroën haben bereits angekündigt, dass sie sich aus dem Iran zurückziehen werden, falls keine Sonderfreistellung der Sekundärsanktionen erfolgen sollte. Der deutsche Konzern Siemens, Hersteller von einer Vielzahl an Produkten des Gesundheitswesens, der Industrie-, Energie- und Automobilbranche, hat angekündigt, keine neuen Aufträge aus dem Iran mehr anzunehmen. Ein weiteres deutsches Unternehmen, Daimler, hat diese Woche bestätigt, seine Unternehmungen im Land eingestellt zu haben. Die italienischen Konzerne Ferrovi, Dello Stato und Ansaldo Energia ziehen sich zurück. Ja, das stimmt. Die Mehrheit der europäischen Unternehmen wird sich der Macht der USA unterwerfen und den Handel mit dem Iran einstellen. Es sei denn, man gewährte der EU eine Befreiung von Sanktionen. Geld regiert die Welt, Philipp. Clara, weißt du eigentlich, dass die Europäische Union eine Möglichkeit hat, den Handel mit dem Iran weiterzuführen? Um was geht es dabei? Die EU könnte auf die sogenannte Blocking-Verordnung zurückgreifen, um den US-Sanktionen entgegenzuwirken und ihre Geschäftsbeziehungen weiterzuführen. Diese Verordnung wurde erstmalig 1996 eingeführt, um den Handel mit Kuba zu schützen. Zur Zeit des US-Embargos gegen Kuba? Genau. Und die EU zieht dies wirklich in Erwägung? Ich denke schon. Dieses Gesetz könnte europäische Unternehmen, die mit dem Iran in Geschäftsbeziehungen stehen, vor künftigen US-Sanktionen schützen. Denn es verbietet ihnen, die Sanktionen zu respektieren. Ebenso wenig würde es Gerichtsurteile über die Vollstreckung amerikanischer Strafen anerkennen. Ebenso wenig würde esuno degli unigenã monk betonen. Für ihn liegt es eineraisaient des Speckers für dich, dass der Kuba behandelt. Erinnere seine Ausgangspunkte, mit dem Afghanistan Law & Depp verliessen mit Erleicht bis dem Wahid zu ver Clint van characteristic. Ebenso 550-Bahn 2020 Der Kuba der Kuba der Kuba des Kuba des Kitti Und erinnere seine Ausgangspunkte zum blinden hat. Vielen Dank.